Hallo und herzlich willkommen so leistungsfähig wie heute, da komme ich nicht hoch, ne? Alpha-Band, Alpha-Band, da soll ich hin? Es überrascht mich nicht, dass Grunt jetzt im Einsatz mitmischt. Der kleine Kerl ist erwachsen geworden. Ich bin froh, dass er da ist. Ja, das habe ich doch gesehen. Was ist das? Eine Waffen-Modstation, aha, Großkaliberlauf. Eins, Drossel, Klingenaufsatz, hm, hm, Schaden, gut, bestätigen. Das ist die Klemor, die ist aber, glaube ich, ziemlich schwer. Dabei habe ich vorn auf schwer geachtet und ich benutze sie nie. Eigentlich ist es ganz schön dumm, was ich hier mache. Was haben wir denn noch? Die macht natürlich ein bisschen mehr Schaden, aber vielleicht können wir da ja noch was tun. Schreitermord. Ja. Wenn wir die zurück, können wir nachher für die anderen nehmen. Oh, hier ist die Treppe kaputt. Schreitermord. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter ihnen. Okay. Ich guck nochmal hier. Oh. Scheiße, scheiße. Meine Neugier. Aber ich glaube, wir hätten da durchgemusst. Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt. Sind unterwegs. Das heißt, wir wurden jetzt von den anderen getrennt. Meine Gefährten sind mir gefolgt in den Abgrund. Was für treue Gefährten. Vor uns ist irgendwas. Ja. Ich seh's. Das da. Und das da. Grant, hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Brauchst sie nicht mehr. Hast du die gleich ausgerüstet? Achso, die muss ich behalten. Gut. Achso, was ist das? Ist das ein Netz? Sieht aus. Ein Flammenwerfer. Diese Dunkelheit macht es nicht gerade einfacher, Shepard. Ich kann ja Feuer machen. Alle bereithalten. Da war was. Hat das jemand gesehen? Bestätige. Vorsicht. Vorsicht, wo sie hintreten. Eine Art Kapsel voraus. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht, ich mach's kaputt. So. Oh. Oh, so. Jetzt haben wir die... ...Gapseln zerstört. Da sind noch mehr. Oh. Huf. Beachten Sie die dritte Shepard. Reaper-Technologie. Vielleicht. Huf. Gut, hier lag was. Munition! Wir sollen wohl wahrscheinlich hier alles zerbrennen. ich will meine waffe wieder haben hier diese ich weiß nicht was ich machen soll hier hallo kannst du mal schießen man mit zeitlupenverzögerung was war das für ein quatsch das nest muss hier sein die beträchtliche anzahl von riefer kräften zeigt dass wir auf dem richtigen weg sind ich weiß auch gar nicht wie mein nahkampf geht hier vor allen dingen ich hasse es wenn die figuren dann einfach nicht schießen weil ich drücke auf feuer und es passiert nichts man denn das gefühl hat sehen sie sich das an die reaper sind zweifellos hier gewesen die kapseln ist doch logisch sie doch keine dritte auch und du auch warte was ist das wie kommen wir daran vorbei das sieht wichtig aus das war's war mir ein für genügen was nun jemand verletzt dann müssen wir wohl einen anderen weg suchen na los hä was war das denn jetzt da fehlte wohl das video dazu kapseln sind auch somit will da gar nicht so dicht rangehen mit kabeln versehen ich weiß jetzt was den kundschaftern zugestoßen ist was haben sie gefunden schwerer angriff der anführer hat befohlen waffen tief in die höhlen hinein zu bringen er wusste dass das nächste team hilfe brauchen würde sie sind gestorben damit wir eine chance haben zur zentralkammer zu kommen los aufpassen noch mehr geht aber immer nur eine kapsel kaputt ach so ich kriege auch immer was ab weil ich so dicht stehe mal alle kapseln brut alle so hier ist nichts weiter so leute hier gucken noch eine halle shepard das riecht nach ärger nee ach das täuscht immer alles verstehe immer druck und der bart krabbelt der minibart aber nicht der simpson so äh da da ist ein loch da geht es bestimmt weiter ne zentralkammer finden die kammer ist doch zentral was haben wir hier unten bleiben sie darf sie nicht anvisieren das nacht lang oh dramatische musik bleib jetzt hier bei dem ding kollektion ist voll ah ein modul die module spielen verrückt oder so ah da kommt kleine hackney raus kleine mutierte ja schießt auch drauf brav du bist ein ganz in der nähe sein shepard harte kämpfe zähe mistkerle verluste alles in ordnung zornige kroganer kämpfen besser da aufpassen was willst du was für spinne spinne die rachen bevorzugen hochgradig toxische räume für ihre brut aber diese atmosphäre ist atembar die reaper müssen sie verändert haben sie sehen auf alle fälle anders aus ich wette die züchten hier unten eine ganze armee sie vermehren sich wie die fliehen und dieser ort ist gut versteckt es passt alles zusammen sehe ich auch so und sie hetzen alles was sie haben auf uns damit wir das nest nicht erreichen spart munition was ich jetzt hier mache vermute ich mal ach so ich vergesse es immer wieder ich vergesse es immer wieder waffen kann man ja irgendwo so auswählen ach das war nun mal mein schild den hab ich ja noch gar nicht an den hab ich gar nicht mehr gedacht oder mein Adrenalin Dings da Bums oder keine Ahnung ah 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 äh ledig musik ok ok Da sind die Fugane. Ich bin Spartane. Oder das ist Sparta. So, so, so. Hier. Sag mal. Ach, das ist doch... Das ist doch kacke. Jetzt geht's mit... Ach, Mann, ey. Ja. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reep Attack. Wir sind auch eingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Okay. Viel Glück. Ich brauch kein Glück. Ich hab Munition. Ja, das ist das Gleiche. Groganer, bereit machen! So. Darf ich jetzt auch wieder? Gut. Die richtige Waffe ausgewählt. Wo ist meine Maus? Ja, hab ich. Das ist ein anderes Visier. Hab ich das Gefühl. Kann mich ja auch täuschen. Ah, hier liegt wieder was. Wettelts. Äh. Was ist das? Das sind noch mehr so. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut. Wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Bewegung! Verdammt! Wir brauchen einen Schalter. Hab ich das gesehen. Das ist es, Leute! Das ist es, Leute! Tod! Nee, jetzt. Ah, halt. Laufen geht so. Spring hoch! Das Gär ist in Ruhe. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Zur anderen Seite. Da sind noch mehr dieser Energieknoten. Zur anderen Seite. Ah, da. Ah, da. Einstellen. Die Visiermodus ist hier aber gut so. Das mag ich. Ja. Jetzt geht er wieder in die Pro... Boah, ich lasse, ich lasse es. Auch so gut. Ich meine, wenn ich jetzt so sitze, ist das Deckungssystem ja wirklich gut. Dann dürfen die aber nicht zu nahe kommen. Weil sonst ist schlecht. Weil dann macht er... Dann macht er bei jedem Schuss immer das hier. Und das ist nervig. Ist da noch was hinter uns? So. Denn das sah so aus. Egi hat sich so komisch verhalten. Und von da. Alles. Was sind denn das? Was ist denn das für eine Lebensform, wenn ich wie eine wandelnde Beulenpest aussehe? Oder hier wie so ein... Pepper, die Rachni ziehen sich zurück. Ah. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen sie es zu Ende. Verstanden. Hm. Was zum... Der unerträgliche Ton ist erstummt. Was sind sie? Die letzte Königin hier lauscht um die Kinder. Sie sind still. Hol die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend in der Ferne. Haben die Reaper ihnen das angetan? Ja. Der schreckende Ton der Maschinen ist überall. Ich lasse sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten und uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrelle Böhne haben die anderen erträgt. Sie tun ihnen nichts mehr. Wir. Wir. Verstehen. Können sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie. Aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch. Dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Die verlichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grant. Können sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht zu viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hierbleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben sie verstanden? Hören sie zu. Die Kompanie Aralak hält die Rachen hier auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen ihnen Zeit. Quant, zurück zu unserer Position. Führen sie uns raus. Verdammt sollen sie sein, Shepard. Ich verlasse mein Team. Commander. Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Jetzt bringt sie uns hier raus. Ich verstehe seinen Ausbruch jetzt nicht so ganz. Also den von Grunt. Schmeiß eine Granate rein. Der Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg ihr, Shepard! Jetzt bin ich dran. Dann gibt's ein Befehl. Ich habe einen Befehl. Von Grunt hat sie auf. Ich würde das nicht. Ein Wege, aufs Rung! Ich werde ein Befehl. Ich werde ihn mit den Knitteln. Ich werde sie auf. Kortes, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Kommando. Shuttle ist bereit. Grunt. Grunt! Hält jemand was zu essen dabei? Ah, das ist ein Kogel. Er hat's über den Bestandung, Gott sei Dank. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Ecke Ende. 12.500. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Naja. Es wächst langsam. Es wächst. Neu Trogane. Grunt haben wir dazu gewonnen. Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Hier geht's zurück. So. Na gut. Ihr kennt das ja. Ich gehe dann da wieder zurück. In der nächsten Folge werden wir uns dann da in dem Raum finden. Äh. Ich danke fürs Zuschauen. Ich guck mal, was da noch so übrig ist. Ob das nur noch die Zitadelle ist oder was anderes. Und dann sehen wir mal weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.